Hallo, ich heiße den Harald. Ich bin ein Fisch. Das ist ein Teig. Ich bin Inge. Ich bin ein Schwein. Ihr habt schon recht. Eine Schwester oder ein Bruder oder sowas ähnliches, das wäre ja vielleicht auch ganz was anderes. Also ich bin meistens hier. Macht mir auch nichts. Fast nichts. Allein. Fritzi. Vogel. Ich will etwas tun, was ich noch nie getan habe. Den wird doch Rückenflug. Und das Spielschmatterling. Ich will aber machen, was ich will. Ich will... Ich will mich in Dreck wühlen wie ein Schwein. Haa! Haa! Oder... ...im Teich schwimmen wie ein Fisch. Haa! Inge, du kannst richtig gut schwimmen. Ja, ein bisschen. Aber dafür kann Inge nicht laufen. So. Steht. Inge, du kannst. Inge, du kannst. Inge, du kannst.